Ihr wollt mehr zu Dune 2? Ihr kriegt mehr zu Dune 2. So, herzlich willkommen in unserer neuen kleinen Butze hier in der Videothek des Internets zu einer neuen Folge, nee, zu einer Extra-Folge Kino Plus. Ich sitze hier noch mit Vidan Tran und mit Marco Risch nach unserer letzten Folge Kino Plus, weil, ey, Vidan, du hast so viele geile Sachen gezeigt. Und du hast uns jetzt auch noch abseits der Kamera noch so viele geile Sachen gezeigt, über die wir gar nicht großartig reden dürfen, beziehungsweise die wir nicht zeigen dürfen. Aber trotzdem wollen wir noch ein bisschen über Dune weiterreden, weil du hast noch ein paar coole Sachen, die du halt auch noch zeigen darfst. Und wir haben, glaub ich, auch noch ein paar Sachen, die wir am Film besprechen können. Wir werden dann wahrscheinlich irgendwann ein bisschen in Spoileriger abdriften, aber das werden wir rechtzeitig ankündigen, um eben, ja, niemanden zu vergrätzen. Aber ich hoffe, ihr habt bis dahin schon diesen Film gesehen. Denn um es gleich noch mal auf den Punkt zu bringen, oder beziehungsweise um unsere Meinung vom Donnerstag noch mal zu festigen, ich hab ihn jetzt zweimal gesehen und es war zweimal ein Brett. Ich hab zweimal Gänsehaut gehabt. Ich muss nur sagen, ich war beim ersten Mal, ich glaub, ich bin morgens dann einfach auch immer in der emotional etwas leichter zugänglichen Verfassung. Ja, also da gehen gewisse Dinge mir mehr ans Herz. Als ich den jetzt gestern Abend um 19.30 Uhr gesehen hab, da war ich leider ein bisschen müde schon vom Tag und so. Und ich hatte auch schon, ich glaub, zwei Filme geguckt oder einen zumindest gesehen. Und da sind gewisse Dinge nicht mehr so an mich gegangen. Aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, spätestens wenn ich mit meinem Sohn diesen Film noch mal schauen werde, werde ich es noch mal ganz anders sehen. Weil ich muss sagen, ich fand eine Szene in Dune relativ zu Beginn, fand ich schon erstaunlich. Die hat mich emotional echt gekickt. Das ist der Moment, da sitzt Paul mal irgendwann auf einer Düne und guckt so einfach über das Wüstenmeer und nimmt den Ring seines Vaters und lässt ihn so gesehen wissen, dass er jetzt seinen Weg gefunden hat. Und das find ich, find ich ein geiles Ding. Weil wir wissen ja nach dem Film nicht so wirklich, ob der Weg der richtige ist, beziehungsweise ob wir wirklich diesen Weg auch so selbst mitgehen würden oder beziehungsweise selbst mitgehen mit ihm. Und ich fand das cool, weil man am Anfang noch die ganze Zeit realisieren muss, oder ich musste auf jeden Fall sehr viel realisieren, aber warte mal, wir sind ja hier eigentlich noch in der direkten Transition. Also wir sind ja noch direkt am Ende vom ersten Teil. Er muss das ja alles noch irgendwie halbwegs verarbeiten. Das ist alles noch gar nicht so lang her. Durch unseren Gap von, was war's jetzt, zwei Jahre? Zwei Jahre oder drei Jahre? Fast drei. Fast drei. Kommt es einem natürlich so lang vor so, oder beziehungsweise hat man da irgendwie ein anderes, verbindet man da ein anderes Zeitgefühl mit. Aber als mir das bewusst geworden ist, dann, wie gesagt, da ist mir diese Szene echt nahe gegangen. Und das hätt ich eigentlich nicht gedacht. Weil ich kann auch verstehen, anhand der Inszenierung, anhand, was du halt auch schon gesagt hast, dass der zweite Teil natürlich schon eine Menge Gas gibt, um möglichst viel mit reinzukriegen. Und du hast uns auch von Dingen erzählt, die eigentlich gar nicht im Film gelandet sind. Obwohl sie, sag ich mal, einigen Figuren geholfen hätten, sie noch mal ein bisschen zu verdeutlichen, ein bisschen näher zu beleuchten und so weiter. Trotzdem muss ich sagen, war ich überrascht, dass mich diese Szene irgendwie kriegt. Oder wie auch, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Marco, aber beim ersten Mal, ich war selten so lang in so einem Film einfach drin. Also ich bin wirklich abgetaucht. Und da kommt nämlich dieser blöde Spruch von Christopher Nolan ins Spiel, den ich eigentlich schon in der Sendung thematisieren wollte. Ich find den Vergleich leider nicht glücklich. Ich find den Vergleich mit Empire Strikes Back echt nicht glücklich. Weil, und das ist nur das, was ich dazu sagen möchte, ich saß in diesem Film drin, ich saß in Dune 2 drin. Und das, woran ich wirklich gar nicht denken musste, was mir am wenigsten in den Sinn gekommen ist, das war Star Wars. Und das hat mich so gefreut. Weil ich Dune als Dune wahrgenommen hab. Dune ist seine eigene Welt. Es ist wie Herr der Ringe, es ist wie Star Wars. Es ist von mir aus auch wie Fluch der Karibik. Ja, oder Planet der Affen oder die Nolan-Batman-Filme. Es ist dieses eigene Ding, ohne dass ich wirklich das Bedürfnis habe, es ständig mit diesen großen Namen irgendwie abgleichen zu müssen. Zum einen versteh ich das, weil ich mag es nicht, Franchise miteinander zu vergleichen. Deswegen fühlst du mal in der Top-10-Liste kein Star Wars, kein Herr der Ringe, kein Bond-Film finden. Weil ich find, diese Franchise-Filme, Trilogien, überhaupt alles, was eine Filmreihe ist, lebt ja auch davon, dass es was davor und was danach gibt. Also auch Empire Strikes Back könnte ich nie da reinsetzen, weil was ist der Film wert, ohne den davor und ohne den danach? Oder was das Star Wars-Universum mir noch gibt. Deswegen mach ich das normalerweise nicht. Man muss aber jetzt zur Nones-Verteidigung sagen, er hat da aber schon Dune 1 mit Star Wars gleichgesetzt. Er hat gesagt, wenn Dune 1 Star Wars ist, dann ist dieser Film, also Dune Part 2 für Part 1, das, was Empire Strikes Back für Star Wars ist. Das ist schon mal der eine Vergleich. Der andere kommt aber dazu, ich hab schon sehr oft an Star Wars gedacht. Aber nicht, weil die zwei sich so ähneln, also weil Dune so von Star Wars profitiert. Natürlich war Star Wars zuerst auf der Kinoleinwand. Aber es ist schon, okay, man sieht schon, wo George Lucas abgeschrieben hat. Und das ist halt oft da. Und du hast halt dieses, wir haben ja schon im ersten Teil, im Part 1 von Kino Plus, haben wir ja darüber geredet, dass die große Frage bei Paul Atreides ist, ist er Luke Skywalker oder Anakin Skywalker? Und das ist etwas, was der Film auch bewusst zum Wissengrad offen lässt und zum Wissengrad uns immer interpretieren lässt. Und die Idee, wo hat der das denn her? Ja, aber da muss ich halt sagen, da konnte ich dann das doch insofern in die Bahn lenken, dass ich mich das nicht gefragt habe, ob er jetzt Anakin oder Luke ist, sondern er war für mich Paul. Er ist Paul Muad'Dib Uzul. Das schon, das ist ein super eskapistischer Film. Das würde ich ihn gar nicht nehmen. Ich sitze nicht so da und sehe die ganze Zeit Lichtschwerte oder so. Oder sehe die Blackscreens. Es ist so ein unglaublich immersives Erlebnis. Also unglaublich eskapistisch. Aber wie war das denn? Habt ihr beim Dreh irgendwann mal vielleicht auch die Ansage bekommen, naja, das ist jetzt schon zu sehr Star Wars oder lasst es mal bitte nicht so sehr Star Wars sein? Also war Star Wars überhaupt ein Thema? Nee, eigentlich gar nicht. Also Star Wars war generell auch gar kein anderer Franchise. Wir hatten natürlich die Zitate gesagt, also im ersten vor allem, dass Danny zu uns kam beim ersten Meetings und gesagt hat, hey, nur um klarzustellen, ich möchte hier keinen Superhero-Film machen. Also es ist kein Blockbuster-Action-Flicker. Das ist auf jeden Fall ein Sci-Fi-Film. Das ist der Anspruch. Das ist ein Universum, was er kreieren möchte. Das ist eine eigene Sprache. Und er möchte jetzt nicht die Action im Vordergrund stellen, um halt Leute anzusprechen oder ins Kino zu locken. Sondern es soll einfach die Welt und die Story im Vordergrund sein. Und das haben wir auch sehr, sehr bewusst im ersten Teil berücksichtigt. Und natürlich immer, was er sagt und auch, was er gerne möchte, weil es ja auch der Director's Vision und wir versuchen dann, das Produkt halt so gut wie möglich abzuliefern. Aber hier ja kurz auch eine Frage, eine Antwort noch auf die Frage, die du eben noch gestellt hast, ob der zweite Teil immer so geplant war. Das war ja die Ursprungsfrage. Als wir bei Dune 1 in 2018 die Preps hatten, Softpreps, und dann in 2019 reingingen, da wurde schon gemunkelt, dass wir Back-to-Back drehen. Ja, und dann aber mit einem Monat Break. Und dann aber im April, also wir haben im Januar angefangen, und dann ungefähr im April oder im Mai, weiß ich nicht mehr ganz genau, hieß es schon, ey, nee, 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 wir machen das nicht mehr. Weil es war zu exhausting. Es war zu, auch, ach, ja, der eine war einfach, einfach wirklich, es brauchte die Zeit einfach. Und Danny brauchte einfach, hat er auch gesagt, dass er die Zeit brauchte einfach für zwei. Und das merkt man einfach auch. Und ich finde es auch so geil, weil auch wenigstens mit Paul zu sehen, mit Timothy, und das habe ich auch gesehen, auch gespürt. Im ersten Teil, wie er eben schon letztes Mal erwähnt, er war schon recht nervös und auch sehr unsicher, obwohl er schon Star ist. Und dann auf einmal, das ist aber auch die Figur in Dune 1. Und dann in Dune 2 ist da jetzt der Messia oder ist jetzt ein Mann. Und da merkte man auch, der hat ja auch schon Film-Erfahrung, gerade der Wonka hat er gedreht und andere Sachen noch. Und das hast du einfach gespürt, dass er viel erfahrener war, auch beim Training selber, er war auch ganz anders. Ich dachte jetzt, okay, der wird jetzt, wenn er Dune 1 erfolgt, wird der bestimmt jetzt cocky, muss ich ihn wieder abholen. Aber nee, im Gegenteil, er war wirklich cool. Also das Einzige natürlich war, dass Austin Butler, also Fate, das ist gerade auch eine super Einleitung ist gerade da, der war so ein toller Schauspieler und auch ein krasser Athlet, muss man sagen. Das Kreuz von ihm. Boah, ja. Das hat er sich anstreniert. Ja, alles, alles. Genau. Er hat doch alles an sein Method-Acting da rein. Ich frage mich wirklich, wie man diese Bäumen dahin auf die Rücken kriegt. Ja, der hat einen guten Tränen gehabt. Ich habe gerade erst gelesen, dass er sein Method-Acting runtergeschraubt hat, auf 30 Prozent runter, immer wenn die Kamera aus war. In dem Moment, weil normalerweise gehst du ja dann nicht komplett raus, zumindest interpretieren Method-Acting viele Schauspieler so, das ist eine ganz andere Diskussion. und er hätte so auf 30 Prozent runtergefahren, damit er nicht der letzte Soziopath ist und ein Arschloch zu allen anderen am Set. Deswegen meine Frage, wie war es? Nee, der hat gar nicht. Kam da irgendwann so ein bisschen ein Method raus? Also ich muss gar nicht sagen, der war so ein grounded Guy. Also George Borland, mega. Also man merkt ihn auch. George Borland ist auch so erfahren. Dune für ihn war wie ein normaler, wie jeder andere Projekt, eigentlich auch. Professional. Kein krasses Excitement mehr, weil er schon so viele Filme gemacht hat. Und der war auch so ganz relaxed, beim Training immer top, also top-notch und auch immer spot-on. Genau wie Rebecca auch. Also die zum Beispiel, sie muss ja eigentlich gar nicht da sein, aber die kommt immer zum Training. Sie will immer noch. Ich wollte gerade fragen. Das ist so krass. Woher kennst du Rebecca? Nee, nee, also die war immer da. Also die hat am Tag hier und dort ein paar Szenen gehabt, die wir proben müssen. Aber am zweiten Tag war eigentlich die weniger da, aber am ersten, die war fast jeden Tag da, weil sie liebt einfach diese Aktivität. Und dann hat sie gesehen, was für Training wir machen und sie hat dann das gesehen, was sie noch lernen kann. Und dann dachte ich, geil, die wollte einfach einen Teil dabei sein. Und die kam, jetzt machst du ein Training. Was machst du denn wieder hier? Und der Mann war da dabei und dann haben die halt zusammen trainiert und dann auch im Fitness und sich halt auch auf die Rolle vorzubereiten, obwohl sie halt nicht so krass viel Action hat. Das ist wunderbar. Sie war im ersten noch relativ aktiver als Figur, hat auch hier gemacht und getan und in die Wege geleitet und irgendwie ein bisschen mitgezogen, die Strippen so. Im zweiten Teil, da ist sie am Anfang, da fand ich diese eine Szene, wenn sie das Wasser trinkt. Wasser, Water, Wallach. Ja, die fand ich krass. Warst du da dabei? Also ich meine, also es ist auch witzig, wir haben das geprevisst. Wir hatten, weil es war die Frage, wie wird das aussehen? Und wir hatten natürlich zum Glück Maida, das ist ja auch aus Tierschen, das ist eine Stamperfone, die war auch schon im ersten Teil der Double und wir haben Konzepte gemacht und dann auch ein bisschen mit Contrabary und ein bisschen Bewegungsmuster und sie ist ja sehr stark, die ist auch auf dem Tanz-Background und auch Marginals natürlich. Und mit ihr haben wir Konzepte gedreht und wir haben ein, ich glaube es war ein oder zwei nur, ein paar Movements gemacht und supergeile, also Naked-Aufnahme, so eine schöne Kamera und dann siehst du halt nur das Performance, was sie macht und dann direkt hieß es, ey, das ist es. Genau das. Nur mit dem Scale müssen wir gucken. Also entweder zu Zombie oder ein bisschen weniger, ne, aber das kann man ja scalen, das ist ja kein Ding. Aber die meisten ist es und dann ist es die Szene geworden. Ey, die Szene, also wie Rekord Ferguson da spielt, ey, das ist, finde ich, großartig. Aber ja, wie bei Paul, wo die Kamera sich distanziert und er mehr in die Aktion übergeht, als nur zu reagieren, ist es bei ihr dann irgendwann, wo sie vorher noch ein aktiver Part war, wird sie immer passiver und steuert nur irgendwie aus dem Hintergrund raus, was natürlich dann auch mit ihrer Schwangerschaft und so weiter zu tun hat. Aber ich fand trotzdem krass, sie hat am Anfang, kriegt sie noch die Szenen, um sich mal irgendwie ein bisschen zu zeigen, zu beweisen und so und später ist sie natürlich halt eben so eine Art, wie soll man sagen, ja, da wird sie halt so auf den Podest gestellt, im wahrsten Sinne des Wortes, sowohl von der Geschichte sondern auch Mastermind. Ja, genau, so Mastermind, also da wird sie halt von der Geschichte auf den Podest gestellt, aber der Film macht's dann halt auch, weil sie nicht mehr so wirklich in der Aktion ist. Aber der Film macht auch deutlich, dass die Person, die wir kennengelernt haben, Lady Jessica, dass die eben nicht mehr da ist. Genau. Ja, genau, genau. Ja, ja, ja. Und hier nochmal zurück zu Austin, also, nee, er ist so grounded. Unfassbar. Also ich hab noch nie, also für mich, ich hab schon einigen Stars auch schon trainieren dürfen und er, auf jeden Fall einen zum Top 3, den ich jemals hatte. Also der ist einfach so ein grounded Dude gewesen, so cool und wir teilen ein bisschen so die gleiche Vergangenheit, was ich jetzt sehr geil finde. Weil sein erstes Outcome ist Sharon Chronicles gewesen, das ist seine erste Serie gewesen. So auch ähnlich, so Fantasy, bisschen Kids. Ja, aber die war furchtbar. Aber der Showrunner sind die gleichen, die auch Into the Badlands gemacht haben. Ah, okay. Und er war das, das ist sein erstes Lead-Ding gewesen. Und für mich war, mein erstes, nicht Lead, aber erste Outcome, international war auch Into the Badlands. Ja, okay. Das ist ein gleicher Showrunner und dann haben wir natürlich auch zusammen ein Video gemacht und dann den geschickt und die liegen mir sehr viel in meinem Herzen, genauso wie für ihn. Und das war so das bisschen Bonding, was wir dann hatten. Das war eigentlich ziemlich cool. Und nee, Training, er wollte einfach mehr, immer mehr, er kam halt und der ist so schnell. Er hat eigentlich die Choreo fast in 20 Minuten schon gelernt. Und ja, das, was ich euch gezeigt habe, das hat er fast in 20 Minuten schon geschafft. Also so der finale Kampf. Ja, genau, der finale Kampf. Und das war einfach, boah, krass. Also, das macht einfach Spaß, wenn du mit solchen Schauspieler hast, ne, dass sie auch immer besser machen wollen und auch uns, also wir als Fight-Team auch, ne, dass wir da sagen können, hey, nicht nur, okay, mach mal ein bisschen hier und so, sondern wir können sagen, okay, wir arbeiten nicht nur um das Choreo, sondern auch Rhythmus und Melodie. Und das macht halt immer im Kampf alles halt aus. Und weil Danny auch gerne auf Speed steht, also auf schnelle Hände und auch flächige Sachen, also nicht flächige von Movements, sondern von Bild und von Power, von Gewalt, von der Körpersprache, hat der es supergeil umgesetzt. Das passte einfach perfekt in seinen Charakter. Ja. Gab's einen, der es so gar nicht drauf hatte? Also beziehungsweise bei dem man wirklich echt mit Engelsgeduld irgendwie dem alles zeigen und erklären? Du musst doch keinen Namen sagen. Aber nur halt nur einfach mal. Also rein Interesse. Meinst du jetzt im Film oder meinst du generell was für den Wurzeln? Naja, also jetzt sowohl bei Dune, aber auch generell? Ich muss sagen, also bei Dune waren schon alle topnotch. Also auch Timothy brauchte ein bisschen mehr Arbeit, auf jeden Fall. Einfach, weil er nicht so der Athlet ist, würde ich einfach sagen. Aber der hat es auch sehr gut gemacht. Also ich war auch sehr überrascht. Weil da war ein großes Gap, zwischen 2019 und 2022. Und er hat dazwischen meistens nur Drama gemacht. Dass er jetzt zurückkam mit Dune 2 und der Stack ist auch höher. Hat er jetzt trotzdem sehr, sehr, sehr souverän gemacht und sehr gut gewesen. Er war auch sehr ambitioniert. Das fand ich super. Aber nichtsdestotrotz, wir haben beide getrennt trainiert. Also das haben wir natürlich immer respektiert. Also auch da auch Schauspieler, dass wir immer unsere Dubois gehabt, die uns einspringen und die blocken dann die ganzen Choreos, weil alle müssen, das ist auch unser, also meine Agenda eigentlich auch, im Team, ein gutes Stunt-Team, dass jeder die Choreo kann. Auch performen. Also ich habe zum Beispiel auch das mit performt. Weil ich muss die Bewegung auch kennen und auch die Story, ob es wirklich funktioniert oder nicht. Und dann, also nicht nur auflösen, sondern auch halt in der Bewegung. Und dass das dann, wenn das sein sollte, wenn wir alle nicht da sind, dass wir trotzdem die Schauspieler immer rausschicken, also die Dubois rausschicken oder die Performer und dann mit den Schauspielern trainieren können. Das ist so das Beste. Das habe ich bei Jackie Chan halt gelernt. Und das ist halt, wo ich dachte, ey, nee, das ist halt was mir mega wichtiges generell bei Filmmaking auch und das möchte ich generell auch antreiben. Das ist mehr eine Collaboration und jeder muss gleichwürdig, so wie ein Jackie in Family. Jeder muss das können, jeder muss lernen, jeder muss, darf nicht lazy sein, alle müssen das können. Nicht, ah, ich weiß alles. Und du nicht, ja, ich darf jetzt reden. Darum geht es nicht. Sondern es muss ein kollaboratives Zusammenarbeit sein, um dann das Produkt und das Resultat am besten hochzuziehen. Und dann auch geht es um Vertrauen. Und du schickst ihn raus, du drehst und dann, genau, wird dann so gut wie möglich gefeilt, um das Beste zu erreichen. Und ich glaube, also ich habe jetzt in Dune, es gab wirklich nicht so krasse Schwierigkeiten, wenn ich mich jetzt so, also Josh Brolin zähle zum Beispiel, war auch straightforward, der ist eh super gewesen. Dann, ja, okay, ich fand es ein bisschen schade, der Rabban, ne, Dave Modest, also ich bin sehr gut befreundet mit dem Dubel, Stuntubel, der kommt aus Holland auch. Und, ähm, das ist halt schade, weil er hätte, werden auch große Sachen halt auch konzeptiert, aber auch ein Drehbuch und ein Storyboard und das hieß schon, das sollte eher so dieses Indiana Jones mit der Peitsche, ne, sollte so in der, in dem Tonalität sein. Das hat er leider nicht so viel Screentime gehabt. Also ein bisschen enttäuscht, weil ihm nicht viel passiert ist, nicht weil was rausgeflucht. Nein, der war super, ey, der ist ja, der Ex-Wrestler, der kennt ja alles, ne, da brauchte ich gar keine Tränen eigentlich. Naja, wirklich, ne, es war einfach, die Szene war einfach, so war er immer schon geschrieben, halt so, ne, sonst hatten wir eigentlich gar keine wirklich. Aber ich find's, ich find's schon mal geil, weil, naja, es gab ja schon beim ersten Teil so ein bisschen die Beschwerde, dass es ein bisschen zu wenig Action war. dass es halt nicht so wirklich abging, dass es sehr viel Charakteraufbau beziehungsweise Charaktereinführung ist und dann auch die Welt nochmal ein bisschen erklären und alles erstmal zeigen und so weiter, wo man ist und wo man sich befindet und so alles in Grundstellung bringen und so. Und ich mein, man muss ja auch bedenken, bei Dune 2 und bei Dune 1 reden wir ja trotzdem noch vom ersten Buch. Ja, ja. Also, wenn sich diese Geschichte unvollständig anfühlt, dann hat es ja damit einfach zu tun, dass es das erste Buch ist. Ja. Ja, was halt dann noch weiter ging. Es gibt ja wie viel, keine Ahnung, Herbert hat ja glaube ich neun geschrieben oder so. Ja, ja, aber. Oder bist du neun? Das zweite war schon eine Reaktion eigentlich aufs erste und dann hat er sich ein bisschen verloren. Ja. Aber Milneuf sagt selber, eigentlich müsste man von dem zweiten Buch nur die Hälfte nehmen und das ist ein dritter Film. Das hat er schon vor vier Jahren gesagt und du hast ja selber gesagt, es war ja nicht klar, ob das jetzt so Back to Back oder irgendwas passiert. Ich erinnere mich, dass er am zweiten Drehbuch schon gesessen hat, da gab's noch kein Greenlight von Warner Brothers, aber er hat schon dran gearbeitet und jetzt gerade dieselbe Situation. Es gibt noch kein Greenlight, also stand jetzt kein Greenlight für den dritten Film, aber er hat schon was zu Papier gebracht, hat er gesagt. Ja, ja. Aber hier, wir hatten nochmal da anzuschließen, am zweiten Teil, wie gesagt, als wir es erst mal wieder in den ersten Preparation Wochen, da hat Danny ja auch gesagt, ich glaube auch, der hat auf die Zuschauer gehört und ein bisschen reagiert auf die Feedback und Review und da hat er selber gesagt, Dune 1 war gut, aber noch nicht ganz zufrieden und 2, damit ist er mehr vollständig und da hat er zu uns auch gesagt, hey, ich möchte den Stack höher halten, Action wird Action sein und der Film wird jetzt richtig auf die dicke Hose gemacht. Ja, gut, der ist auf dicke Hose. Genau, und wir dachten auch, wow, okay, dann können wir alles auspacken, ne? Und das zweite ist halt, gab es auch Situationen, als wenn wir Show & Tell hatten, dass der, man, der tendiert manchmal drum, ja, vielleicht schneiden wir hier. Dann cutten wir es ein bisschen kürzer, machen wir es immer mehr kompensierender, tighter. Und dann meinte er, ich weiß, ich hab gelernt, nein, wir lassen es so. Es war so geil, okay, und das war sehr cool, aber ich bin auch einer, also ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich ein Action-Guy bin, ich kenn diesen Prozess und manchmal musst du einfach kill the baby, du musst einfach kill the darling, du musst es, damit das Sacrifice einfach besser und intensiver wird in der Szene, ist es, finde ich auch wichtiger, wenn man das Compressor macht. Ja, aber ich sag mal so, da hätt ich, also rein Action-technisch hab ich bei dem Film überhaupt keine Beschwerden mehr, klar, hätt ich gern mehr von der Endschlacht noch gesehen so, aber ich sag mal, ich fand halt auch die Balance beziehungsweise die Gewichtung, dass du halt immer, auch wenn mal längere Phasen waren, wo mehr geredet worden ist oder mehr erklärt worden ist, dass dann schon unmittelbar oder relativ schnell wieder ein Setpiece kam, ein Schauwert kam, eine Action-Sequenz kam, wo du dachtest, boah, geil, guck ich mir doch gerne an, jawohl, gib mir mehr, ja. Ja. Krasser Gänsehaut-Film. Ja. Also eigentlich ein Gänsehaut-Moment nach. Ich muss auch sagen, und das waren auch, das waren auch so wirklich so, ich fand den Tanz von den beiden sehr schön, also wenn, wenn Chani ihm erklärt, wie er richtig laufen soll, das fand ich eine super Szene, die fand ich schon beim ersten Mal richtig cool, ich mochte auch ihren Moment auf der Düne, also wo sie halt wirklich näher kommen, ähm, also ich fand, es gab sowohl schöne, coole, ruhige Momente, wie halt eben auch die großen, epischen Momente, ne, wenn Ghani da die Treppe, was man im Trailer, wenn er diese Treppe hochkommt und hinter ihm die Flammen dann irgendwie hochgehen, so, ähm, das war schon einfach, ey, das sind so geile Bilder. Wegen jetzt auch den, also das Epische nochmal aufzugreifen, also die Warm-Wriding-Szene, die hat mich wirklich am Ende sehr, sehr krass geflasht, also das als vollständig zu sehen. Gänsehaut, cool. Ja, das Ding haben wir echt, wir haben zwei Monate gedreht, Second Unit, alleine, wir haben jeden Tag gedreht, zwei Monate lang. Und wie hat man, also dieses ganze Moment in der Wüste einfach, ne, ne, nur das, nur das, nur Warm-Wriding. Ja, aber die Szene oder nur das Riding? nur das Riding. Sobald er das rausholt, das Ding, und er anfängt zu laufen, das und dann das Hängen, zwei Monate lang und wenn er ridet, zwei Monate, jeden Tag. Es ist unfassbar. Und was hatte man, also hatte man dann eine Art Wurm-Abtrappe oder was? Ja, ne, wir hatten, also durch Gerd Netze, das ist auch der Special Effect Team. Ja, der hat ja auch beim letzten Mal die Oscars bekommen. zweifach Oscar. Am Montag haben wir uns gesehen, bei der Premiere. Das war, wussten wir, super Surprise. Wir haben uns auch super gefreut, eine Reunion zu haben. Genau, er und sein Team haben eine Wurm-Plattform, mehrere Wurm-Plattformen gebaut. Die sind recht groß, also, ja, auf jeden Fall ein bisschen größer als das Studio. und da werden, es gibt mehrere Sachen, es gibt eine, die hier steht und dann können die reinen und da wird riesen Windmaschine und übertrieben viel Sand mit geschossen. Das könnt ihr euch vorstellen. Weil alle unsere Freunde, die stehen da und denken so, Gott, was machen wir hier? Einfach mit dem Sandstrahl. Ey, einfach, ey, wirklich, die kamen wieder, irgendwie war der Tag. Frag nicht, frag nicht. Mein gesamtes Gesicht ist einfach so richtig mit der Brille und so, mega witzig, wir müssen mir so totlaufen. Weil ich weiß noch, einmal im Set, ich fahre rum, ich fahre indoor, irgendwas am Kodin, ich weiß nicht, meine Barbekanne, Break, und dann fahre ich mit dem Scooter im Set rum, gucke ich so, okay, ich suche mal, wo die anderen Leute sind eigentlich. Dann gucke ich so, dann sehe ich da so ein Mülleimer-Kostüm von einem Fremden auf so ein Ding. Dann weiß ich, so einen Käfer-Rucksack an. Also die Fremden sehen ja ein bisschen aus wie so Käfer und ein bisschen Sand-Design halt ein bisschen inspiriert. Und dann sitzen die da den ganzen Tag und werden die ganze Zeit mit dem Sand halt abgeschossen. Aber so ein Riesen, du kannst dir gar nicht vorstellen, so ein Riesen-Ventilator und den ganzen Tag nur Sand. Und die dachten sich, oh Gott, wie lange geht das noch? Aber hey, zwei Monate haben wir dafür. Wir haben einmal den hier, wir haben einen, der vibriert und richtig schlägt halt, so richtig so ein Gimbal und dann einmal in Schräglage, das dann, wenn der runterrutscht, genau. Und ich muss eigentlich sagen, ich war jetzt leider, leider, ich bin ja mehr eigentlich kameratechnisch als sehr, äh, fungiere ich eigentlich mehr in einem Film. Bei dem war ich ein bisschen weniger, aber ich durfte, äh, einen Trailer-Shut machen. Ja? Also mein Shut ist dann, wenn wir runterrutschen, also wenn Paul die Dino runterrutscht, ich bin die Kamera, die hinter ist. Oh, geil. Und dann rutschen, ja genau, also auf dem Wurm. Das ist, äh, also ich hätte nicht gedacht, weil beim ersten Teil hab ich auch einen Shut gemacht mit, äh, Jason Momoa's Double, als wir, wenn wir runterkommen, zu Akis. Aber den Shut ganz. Haben wir das hier? Ja, ich hab ein Bild, glaub ich, genau, genau. Das war, äh, 65 Meter Höhe und den Shut ist leider auch, der ist komplett raus, also wir waren nicht im Trailer, äh, im Film drin. Ja, weil den, ich weiß noch, als wir, genau, genau, das war die Szene, das war Dune 1, das hier, da sind wir runtergerutscht, die Szene, das war jetzt eigentlich der Angriff, den gibt's leider nicht mehr, also die Szene gab's auch nicht mehr, da, wenn Jason Momoa, ähm, warte mal, warte mal, wenn die angriffen wären, bevor, auf jeden Fall, bevor er natürlich stirbt, ne, und da gibt's dann in Szene, wo der runterrutscht, gab's eigentlich noch mehr Action. Okay. Ah ja, genau, wenn der, wenn der angriffen wird und der, der Doktor, wie hieß der immer, äh, ja, genau, und dann stürmt er ja raus und Josh Bourne spielt ja im Krieg, ja, diese Szene, da ist eigentlich die Szene, wo der runterrutscht und ich hab ihm dann, glaub ich, ein Foto noch geschickt, ähm, da bin ich auf 65 Meter Höhe in Jordanien, im Kran und dann, da landet der, äh, der Charakter, ähm, das war ja etwas, ich weiß nicht, haben wir das noch hier, das Bild mit dem Kran? Dank Idaho ist das, glaub ich. Ähm, das war ja etwas, das hattest du uns ja dann, hier da, weil da hab ich dann im Film, im ersten Teil, echt drauf gewartet, ich weiß noch, du hattest uns dieses Bild gezeigt und hast gesagt, ich häng da an diesem Kran dran. Genau. Und, und, ich glaube, da ging's darum, um die Saduka abzuseilen oder so? Äh, nee, nee, es ist Dank Idaho, der kommt da runter, der landet das erste Mal, das war auch super schade, die Szene gibt es auch eigentlich, dass der, äh, es ist Dank, ja, Dank Idaho, das ist ein Spiel, dass er unter den Fremden lebt und das ist die Szene, wo der das erste Mal auf die, auf die, auf das Planeten kommt. Ah, okay. Ja, da gibt's auch eine Szene, wo der abspringt. Ja, genau. Ja, und dann spielt das dann da, Kann es sein, dass die auch mal in einem Dead-Trailer war? Nee, der Schatt nicht, der, okay. Weil ich hatte nämlich irgendwann mal in Erinnerung noch gehabt, dass es irgendwie so ein Bild gab, wo Leute aus irgendwie so einer Art Landungsschiff rausspringen und sich dann auch so abseilen. Aber das sind die Saduka, glaube ich. Ja, das ist eine andere Szene, genau. Das gab's auch noch. Weil auf den Shot von dem Kran hab ich wirklich im Film gewartet. Das Ding ist leider, Delisious Sachen werden wir nie sehen, weil Willnerv neulich noch mal bekräftigt hat, er mag keine Delisious-Scenes. Das Produkt, so wie es ist, ist halt fertig und man will nicht an diese Illusionen rütteln, also werden die nicht veröffentlicht, die Delisious-Scenes. Ist ja auch schade, auch deswegen dürfen wir ihr Prüvis. Normalerweise sind wir immer ein bisschen offener. Also wenn, sag ich zum Beispiel Halo oder bei Sensei und Shang-Chi, da haben wir ein paar Sachen noch mal posten dürfen. Aber hier ist auf jeden Fall ganz klar, alles, was da kreiert wird in dem Haus, bleibt da auch. Weil wir eventuell mit den neuen Sachen oder alten Sachen dann Sachen recyceln können oder neu benutzen könnten. Okay. Für den weiteren Filmen, genau. Ja. Das ist echt schade, aber ja, es bleibt eine schöne Erinnerung, weil ich die ganzen Sachen sehe, auch zum Beispiel auch diesen halben Wurm und Lorenz Hideyoshi ist der Dubel, der erste Dubel, oder der hat eigentlich alles gemacht für Paul Atreides und der hat eigentlich vollständig halt die ganzen zwei Monate lang halt die Wurm-Ridings gemacht. Und auch, ich finde das so krass, auch wenn die Zähne, wenn er läuft auf der Düne, ne, ich war da, also das hab ich auch mit begleitet, hab natürlich nicht mein Feld gewesen, weil es ja eher Stuntzeit war, aber ich war da, ein bisschen aufzunehmen und zu gucken, zu checken, ob alles okay ist mit ihm und die Düne ist gar nicht mal so hoch gewesen, wie das zu sehen. Das sieht ja aus, als wäre es auf dem höchsten Peak. Ne, ich hätte aber wirklich so ein artificial, so eine Sanddüne gehabt und so ein Gerüst gebaut mit so einem Truck, der da rauszieht den Sand und dass er da runterfallen kann. So, ne, das war, weiß ich nicht, gefühlt, vielleicht nur mal zweieinhalb Meter hoch oder drei, sagen wir mal, ne, Okay, so sieht's nicht aus. Ja, und das Ding, es sieht ja aus wie 50 Meter hoch und auch ewig lang. Weil er noch Ewigkeiten hoch braucht, um zu laufen. Und ich bin einfach so krass, wie stark, also Paul Lambert auch, der Visual Effects-Guru, würde ich sagen, ey, das ist alles, was ich so jetzt gesehen habe, das existiert gar nicht im Film. Also, in echt, ne. Und dann im Film ist es ein riesengigantisches, einfach episches Ding und so. Das find ich einfach so faszinierend, einfach auch noch, wie es einblendet ist, unfassbar. Muss man auch noch mal hervorheben, also die visuellen Effekte. Das ist echt krass. Wie das alles aufeinander abgestimmt worden ist. ich hab, boah, mir würde wenig einfallen, wo ich sage, das ist so ein, also ich vielleicht, okay, Avatar, ne. Ja. Ne, logisch. Klar. So, aber, ähm, dann kommt da nicht viel, was da irgendwie mithalten kann. Selbst, ja, okay, ich weiß, ihr habt keine richtig gigantischen Sandwürmer. Es gibt, wir sind nicht auf, wir sind nicht, oder ihr seid nicht nach Arrakis geflogen, um dort diese Tiere zu bändigen, um dann mit denen eventuellen Film zu drehen, so, ne. Schon klar. Aber es kommt trotzdem alles so aus den richtigen Perspektiven, mit der richtigen Beleuchtung und dann aber auch mit der richtigen Umsicht, sag ich mal, ähm, vielleicht mal hier und da Nebel oder Sandstaub oder sonst irgendwas mit einfließen zu lassen, so, dass es halt nicht auf Anhieb als digitaler Effekt entlarvt werden kann, so, ne. Also, dass man schon mal einen Moment braucht. Allein diese Maus. Ja, die Maus, glaubst du auch eine Puppe, glaub ich. Äh, ja, es gab die Scannen, aber natürlich. Aber die war abgescannt, okay. Ich erinnere mich an so ein großes Ding halt. Ach so, ne, also, das ist wirklich alles, alles klar. Die Maus ist ja, ich mein, das ist ja Feierabend. Sieht halt echt aus, auf jeden Fall. Also, du siehst ja sogar noch eine Nahaufnahme von der Maus, wie der Wassertropfen im ersten Teil oder so. Das war alles echt aus. Ja, das eine auch mit Chani, ihr, Warner, ne? Ja, also ihr, das wollte ich gerade fragen, wie aufwendig war die Szene? Also, waren da, waren da wirklich so viele Statisten drumherum oder war das eher dann auch digital gelöst? Alles digital. Alles? Alles. Und das ist alles MoCap gewesen, ja. Motion Capturing. Motion Capturing, genau. Also, sie hat einen Anzug angehabt? Genau. Und dann wurde das quasi auf sie drauf projiziert, was sie anhat? Ja, genau, könnte man sagen. Also, Movements, ne, wird aufgenommen durch Motion Capturing nur und dann Scan wird eh schon gemacht mit ihr, sehr aufwendigens, äh, Full Scan. Und da wird dann später alles inszeniert. Aber im ersten Teil gibt's einen sehr ähnlichen Moment, dass Charney auf diesem, auf diesem, auf diesem steht in der Vision, guckt runter, die Kamera fällt runter und dann macht fast dasselbe, macht ja, äh, Paul. Ja. So, und das war auch MoCap, oder? Das war auch MoCap, Das sieht man immer. So, und die mussten das beim zweiten Jahr, damit es sich auch spiegelt, weil das ist auch so, das ist auch die kletzere Bildsprache von, äh, Denis Villeneuve. Das sind halt zwei Szenen, die sich ganz bewusst spiegeln mit nem gleichen Move-End, mit diesem Blick in die Kamera eigentlich schon. Aber krasse Sache ist, die Szenen am Anfang vom Dune 1, ne, die war nie im Drehbuch so. Also, die war nicht drin. Welche Szenen? Ne, beim Dune 1. Diese Kampsequence? Diese Kampsequence. Die war nicht, die war nicht drin. Für uns war es auch sehr überrascht, dass, dass so, auch mal kam. Ja, weil das war ein Reshoot auch. Ah. Das war nicht von uns auch. Es war schon ein paar Leute mal involviert, ich weiß auch, ich bin nicht da involviert, haben die in Amerika dann später nachgeschüttet. Genau. Und dann dachte ich auch so, okay. Aber ich finde auch, du siehst es aber, dass MoCap ist. Aber hier jetzt hier im zweiten Teil. Im zweiten finde ich es nicht. Im zweiten ist es schon so schwer. Mir war es auch sehr schwer. Also, ich habe es schon krass gesehen. Ich habe gedacht, es ist okay. Also, meine Schlussfolgerung war nicht, dass es digital ist. Ja. Meine Schlussfolgerung war, sie haben Zendayas Gesicht da reinsetzt. Also, reingekommen. Das habe ich gedacht. Weil ein bisschen siehst du, dass mit Helm nicht ganz stimmt. Ja, genau. Helme sind immer extrem schwierig. zumindest in dem Moment, wo das Visier da so ist. Und ich so, ein bisschen off, ein bisschen off. Ich kann nicht drauf. Okay, ihr auf euer Gesicht reingemacht. Aber das ist halt komplett MoCap. Alles. Die ganze Szene. Und Zendaya hat sie es selber gemacht. Das ist trotzdem eine lange Plansequenz. Also, ich meine, sie kämpft ja wirklich durch mehrere Leute hindurch. Ja. Ja. Und am Ende, wenn sie es selbst war, also beziehungsweise sie es selbst in diesem MoCap-Anzug und du hast gesagt, das ist normalerweise nicht üblich, das muss sie eigentlich gar nicht machen. Nein. Nein. Und wenn sie es dann selbst gemacht hat? Ja. Ich fand, das war für mich auch so ein echtes Highlight-Moment. Also, wir hatten, ich hatte zwei Wochen Zeit gehabt, als MoCap komplett das Unit zu dirigieren. Also, ich war da ja mehr als auch richtiger Full-Koordinator zuständig. Also, man macht ja alles. Movements, jede Bewegung, jeden einzelnen Soutroker, der hinten was macht und nur so schreit, ey, oder sowas. Das sind alles viele Leute, die weglaufen. Das sind alles unsere Team. Alle wirklich Bewegungen, so generous Movements. Und dann plus aber auch die Choreos. Um halt Coverage und generell auch größere Weiten dann zu zeigen, die wir damals on a day nicht geschafft haben. Und dann hieß es auch natürlich auch Zendaya-Action. Okay, cool. Also Chani-Action, nicht Zendaya, sondern Chani-Action. Und wir hatten natürlich unseren Double da, um die Movements ungefähr zu matchen, dass es auch sehr female aussieht und auch ein bisschen elegant und so. Und dann hieß es aber direkt von Zendaya aus, ganz oben, nein, sie will es selber machen. Und wir dachten, krass, okay, aber eigentlich ja, brauchst du es ja nicht, weil man sieht ja ihr Gesicht ja eh nicht. Nein, ich mische es selber machen, das ist Anspruch. Okay, geil, sehr geil. Und dann mussten wir bedauerlicherweise, aber auch natürlich war es trotzdem erfreut, unser Schedule ein bisschen hinten schieben, Platz machen, was eh schon sehr tight war und den ganz großen Block dann freimachen für sie. Und dann kam Making-Off und so und dann hat sie es sehr, 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 sehr gut gemacht. Sogar besser eigentlich als ein Double, würde ich sagen. Und ne, jetzt echt super performt, weil einfach ihr Charakter reinkommt, ihr Movements, ihr Körpersprache war einfach drin. Und das war einfach super, für mich auch eine super Erinnerung und sie hat es einfach top gemacht. Würdest du sagen, das war die aufwendigste Szene für deine Arbeit oder für deinen Anteil am Film? Nee, nee, nee. Das war eigentlich einer der einfachsten. Das Duell hattest du, glaube ich, erwähnt, oder? Ja, also der Opening Fight und der Final Fight, das waren die zwei wirklich intensivsten, spannendsten Arbeit für mich, weil wir hatten, ich sage, im April waren wir da, Drehbeginn war im Juli ungefähr und das heißt, wir hatten drei Monate Preps und in der meisten Zeit haben wir eigentlich nur Schwerpunkt auf diese zwei Fights gesetzt. Also der Opening Fight, damit meinst du den Angriff auf den haben? Ach, sorry, nee. Fade, Fade Anzug. Fade, sorry. Wir haben mit dem, dem Kampf haben wir angefangen. Also Fade Rodas erster Kampf in der Arena, das war da einer der größten, wie soll ich sagen, Goldstücke und dann der Final Fight. Die zwei mussten wir schnell preppen und der, also Day One auf Shooting war auch der Fade Fight. Ja, in der Arena? Ja. Und das war für alle, auch für mich sehr, ich war sehr, sehr nervös, weil erster Day sollte man eigentlich immer ein bisschen soft anfangen, ein bisschen Drama, weil dann überzieht man eh immer alles und dann muss man eingrooven. Aber direkt mit so einem dicken Ding anzustatten, war ich, uff, krass. Ja, aber ist auf jeden Fall sehr gut gelaufen. Ich schätze mal, die Arena war komplett digital, oder? Das ist digital, ja. Aber ich hatte eine Frage, war die schon immer schwarz-weiß geplant? Ja, genau. Und das Lustige, es ist eigentlich gar nicht schwarz-weiß, es ist infrarot. Es ist infrarot. Es ist wirklich infrarot. Linsen, alles. Da hab ich mich gefragt, da hab ich mich nämlich gefragt, weil man sieht's ja an den Entgegensätzen, die Frauen kommen ihren schwarzen Roben ins Licht und dann werden aus den schwarzen Roben plötzlich weiß, wo ich gedacht habe, das kann nicht einfach sein, indem du halt schwarz-weiß irgendwie das Ding verwandelst, so. Das geht nicht, das haut nicht hin. Und da hab ich mich gefragt, wie haben sie's gemacht? Weil es gibt ja einmal den Übergang, da kommt, glaub ich, Wladimir, kommt so aus dem Hintergrund rausgefahren und geht halt auf den Balkon raus und das Licht verschwindet dann halt in dem Moment, beziehungsweise es wird halt alles weiß. Haben die das in einer Bewegung gemacht oder ist das dann nachträglich bearbeitet? Also, bei dem denk ich schon, auf jeden Fall. Ich denk immer, dass das schon so war. Aber wir haben, das ist schwer zu sagen, soweit ich jetzt rausgehört habe, wir haben extra infrarot Linsen on the day. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hab mich nicht wirklich, normal bin ich ja immer sehr geekig, wenn es um die Kamera geht, aber ich hab mich nicht da richtig krass raufgestürmt, würde ich sagen. Aber wir haben auf jeden Fall in der Ausspielung war es auch schon Spaßweiß. Und wir dachten also, krass, wir konnten es nicht wirklich vorstellen, also infrarot halt. Und dann konnte ich mir gar nicht vorstellen, wie das aussehen soll oder warum und so, aber es war schon sehr spannend, das so zu sehen. Ich fand es einen geilen Effekt. Ich fand es sehr geil. Also, ich hab es auf Anhieb nicht unbedingt geblickt im Film, aber ich fand das dann, als ich es dann irgendwie mal so realisiert habe, dass man halt hier zwei Lichtverhältnisse hat, fand ich das eine geile Idee für Gidi Prime so. Ja, ja. Also Worldbuilding, das ist immer geil, die Sonne fällt anders, das kann nicht funktionieren einfach anders. Auch die supergeilen Feuerwerkeffekte. Ja, ja. Was ist das? Aber es ist mega geil. Sowas als Sci-Fi, als so ein bisschen Ich hatte das, das war so der Eindruck, als ob du mit, weiß nicht, du hast so einen Pinsel mit Wasserfarbe und den tropfst du so in so ein Wasser. Genau, genau. Ja, und das halt angespiegelt, so ungefähr sah das dann irgendwie teilweise aus, aber ich fand, das war halt auch eben für eben diese andere Welt nochmal ein geiler Effekt, der in die Andersartigkeit unterstrichen hat. Ach, sorry, ich fand erst, fand ich es fast überstilistisch und ich hatte irgendwo mal die Kritik gelesen, im Prinzip zieht er dann Zack Snyder ab, aber eigentlich ist es, ja, weil Zack Snyder ja auch sowas gerne macht, aber es ist ja nicht einfach nur schwarz-weiß, es ist halt infrarot, es gibt jetzt Übergänge, das Tor geht auf, er ist ja im normalen Licht, in diesem künstlichen Licht im Tunnel, ist ja alles ganz normal, aber in dem Moment, wo die Tür aufgeht, wo das Tor aufgeht, in dem Moment fällt das Sonnenlicht auf ihn drauf und dann wird so schwarz-weiß und dann wird klar, ah, okay, das ist ja wirklich der Planet. Der Planet, genau. Das ist ja wieder, das ist wieder außerweltlich, sowas wollen wir ja eigentlich, wir wollen ja nicht nur einen Wüstenplaneten nur noch sehen, da haben wir es seit 1977 sehr viele gesehen und das ist schon eine geile Idee. Um hier nochmal anzustoßen wegen Giga und die ganzen Artworks, das ist genau so und ich fand es so witzig, wir mussten uns manchmal richtig hardcore besicken, weil das Tor, wenn ein Feld rauskommt, das ist eigentlich eine riesengroße, ne, so ein, ah, okay, und das Artwork, wie wir es gesehen haben, das kann doch nicht, also, das kann doch, das muss doch ernst, also wirklich so gemeint sein, das ist wirklich ein riesen Ding so heute, ne, eine Vulva. Genau, eine Vulva, perfekt ausgedrückt. Ey, es ist so witzig, man muss halt da Sachen oder auch die, ich hoffe, das war jetzt das richtige, der Rede, das richtige Wort dafür. Bildsprache ist in Alien 1 immer noch sichtbar. Ja, voll, voll. Und auch, super witzige Story mit der Bazooka, da konnten wir uns auch nicht mehr halten, weil die Bazooka-Design, da ist ja so ein Griff zum Halten, normal wenn eine Bazooka hält sie so. Ja. Und, aber, ne, wir haben die Anzeige bekommen, ne, die Bazooka wird so gehalten und das Ding, was da vorne ist, sieht einfach eins und eins aus, wie ein großes Ding mit so einem Teil, ne, und, ich weiß nicht, was du meinst, aber ich werde jetzt auf achten. Ja, weil Chani in der Szene, wenn der Bazooka kommt und schießt, normalerweise in der Bazooka, wenn du so hältst, hast du ganz normalen Untergriff halt, ja. Und bei dem hieß es aber ganz klar von dem Propmaster, dass wir es nicht so halten. Okay. Ja, und da hatten wir okay und dann auch, du weißt noch, in dem Moment, als wir gesagt haben, ja, sorry, das musst du leider so halten. Dann macht er so und dann sieht es halt so aus halt, so wie ein großes Ding, halt. Und das ist halt mega witzig, es ist mega witzig. Also sieht es im Film auch so aus, als sieht es so echt so aus, wenn man so hält. Nee, wäre so, aber ich weiß nicht ganz normal, ob du im Film genau siehst, weil es halt so schnell geschnitten wird, ne, aber ohne David, die, 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 siehst du siehst und erst mal verstehst das Konzept, wie das Ding einfach gebaut ist und dann das Teil, halt designmäßig und dann sagst du, ah ja, okay, Giga hat hier wieder zugeschlagen. Ja, ist schon witzig, aber ich finde das geil eigentlich, weil es ist einfach so ein durchdachtes Konzept einfach in allem, also das Kostüm, Art, Artwork oder auch vom Set und auch die Waffen halt, finde ich einfach spannend. Ich finde auch, man merkt, sehr, sehr spannend, man sieht diesen Film, man merkt diesen Film an, alle Departments geben wirklich Vollgas, also ich wüsste jetzt nicht irgendwo, wo man sagen könnte, ja, hier war vielleicht, ich muss sagen, die einzigen Outfits, die mir nicht so gefallen haben, das waren die tatsächlich dann von Irolan und von dem Imperator. Ach so, ja. Ja, also da, da fand ich, das war jetzt alles, das wirkte so ein bisschen eindruckslos im Vergleich zu all den anderen Kostümen und so weiter, ja. Und wenn man, passt zu dem Haus. Passt zu dem Haus, will ich auch nicht abstreiten, aber, ich fand halt diese Robe, die Christopher Walken gerade gen Ende des Films anhat, da dachte ich so, die hinterlässt so keinen richtigen Eindruck, die ist so, wie er selbst, eher so ein Schluck Wasser in der Kurve, so, ja. Aber, ey, es kann nicht alles perfekt sein, aber ich hab ihn jetzt, wie gesagt, auch zweimal gesehen und ich werd ihn mir auf jeden Fall, glaub ich, noch zweimal mindestens angucken. Ja, sehr geil, sehr geil. Und, ich, ja, wie wir es jetzt schon mal festgehalten haben, das sind Sachen, für die wir ins Kino gehen und deswegen, ich bin halt wirklich froh, dass ich diese Star Wars-Vergleiche gar nicht erst angestellt hab, sondern mich da vollkommen frei von machen musste. Das ist der Wüstenplanet, das ist Pauls Geschichte, die entspricht nicht Luke's Geschichte oder Anakins Geschichte unbedingt so, sondern, ja, die haben vielleicht, ne, das ist ja das Gleiche wie bei ... Wie gesagt, es geht nicht nur ums Thematische, es geht auch um den Vergleich im Verhältnis zum ersten Film. Genau. Und ich glaub, ich find den auch besser als den ersten. Wie gesagt, das seh ich vollkommen. Da bin ich auch vollkommen bei Nolan, bei dir oder bei allen anderen, die Empire Strikes Back sind. Von der Art des Teils her ist das vergleichbar mit Empire Strikes Back beziehungsweise versteh ich, woher der Vergleich herkommt, aber es ist halt für mich, Gott sei Dank, nicht ein Versuch, nochmal Star Wars zu machen, sondern einfach was Eigenes geschaffen. Ja, und das mit, ey, auf allen Gewerken, sag ich mal, oder in allen Bereichen auf dem höchsten Level, was man irgendwie gerade momentan kriegen kann. Und dementsprechend, Leute, geh ins Kino. Ich weiß, wir dürfen es schon nicht mehr so lange machen, wir wollten hier noch einen kleinen Zusatz-Talk machen, aber ich glaub, jetzt haben wir, jetzt haben wir aber auch wirklich fast eine Stunde insgesamt über Dune 2 geredet. Ey, wie dann? Ich danke dir vielmals. Ich soll dir auch von Eddie sagen, du sollst unbedingt nochmal wiederkommen. Okay, Wir müssen ja auch nochmal ein bisschen über deine Jackie Chan Vergangenheit und so weiter sprechen. Ja, das ist ja auch, sehr gerne nochmal über The Foreigner mit dir gesprochen, weil ich weiß, dass du damals bei dem Film echt aktiv warst und den mag ich sehr gerne. Den mag ich sehr gerne, deswegen, also ich hoffe, du findest demnächst nochmal die Zeit und dann würde ich auch mit dir nochmal vielleicht diese ganze Diskussion nochmal anschieben, wie man Stunts bei den Oscars auszeichnen sollte. Oh, okay, krass. Das ist, glaube ich, nämlich auch nochmal, das ist echt nochmal ein Thema, weil ich finde es jetzt ja spannend, dass das Casting so gesehen eine Oscar-Kategorie wird, wen zeichnet man da aus, was zeichnet man da aus, ist es dann die Leistung von allen, ist es einfach nur das Aussuchen von allen oder die Arbeit von jemandem, der halt eben entschieden hat, der und der muss in diesem Film sein und so weiter und so fort und bei Stunts kann man das ja auch eine Menge aufdrücken, deswegen wäre es cool, wenn du vielleicht, und dann bringen wir auch mal mehr Zeit mit, dann machen wir dann Spezial, sehr geil, sehr geil. Machen wir mal so ein Stunt-Spezial, dann könnten wir mal drüber reden, wie ihr das so seht, beziehungsweise was man da irgendwie mal ausdiskutieren kann. Ja, sehr geil. Fragen an Vidar, die kann ich dann demnächst einfach nochmal weiterleiten, dann können wir das vielleicht auch nochmal bei deinem nächsten Besuch mit diskutieren. Ja, gerne. Und ansonsten folgt Marco gerne über Nerd-Kultur oder Nerd-Unkultur, der hat auch nochmal ein paar Videos und Podcasts zu Dune gemacht, wo er mich nicht eingeladen hat, aber gut. Bei Gelegenheit wieder. Das ist der einzige Fehler, den man ihm vielleicht jetzt hier anstreiten kann, aber ja, schaut da gerne rein, da gibt's bestimmt auch noch eine ganze Menge, und ich weiß es, da gibt's noch eine ganze Menge Hintergrundwissen zu eben Dune und Herbert und alles Mögliche, was da, glaube ich, eine Rolle spielt. Es gibt einige Dune-Videos und das Neueste heißt Dune Part 2 ist der neue Empire Strikes Back. Ohne Fragezeichen? Mit Ausrufezeichen. Mit Ausrufezeichen. Okay, gut. Seht ihr es genauso? Seht ihr es anders? Lasst es uns wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. 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 Ciao.